X-Faktor. Das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Manchmal muss man sich die Dinge von allen Seiten ansehen, damit sie ein Bild ergeben, wie dieses Foto hier. Es scheint sich um Schnappschüsse aus der Welt der Pflanzen und einiger bedrohter Tierarten zu handeln. Aber treten wir einen Schritt zurück und betrachten das große Ganze, sehen wir eine wahrhaft bedrohte Art. Den Fernsehmoderator, dessen Überleben allein von den Einschaltboten abhängt. Dieses Bild, das aus vielen Bildern besteht, hat die gleiche Struktur wie unsere heutigen Geschichten. Auf den ersten Blick mögen sie wohl eindeutig erscheinen. Auf den zweiten offenbaren sich neue Perspektiven. Welche dieser Geschichten wahr sind, erfahren Sie am Ende der Sendung, wie auch immer. Wenn Sie das Gesamtbild nicht erkennen können, auch gut. Dann viel Vergnügen mit den Details. Waren Sie schon mal in einem Truckstop? In einer dieser Gaststätten an der Autobahn, in die die Trucker auf ihren Endlustouren so gern für ein Frühstück reinschneiden? Diese Läden sind berühmt für ihre Atmosphäre. Den starken Kaffee, Schinken und Eier und für ihren Apfelkuchen. Viele Mythen ranken sich um die Trucker. Man sagt, sie wüssten immer eine Antwort auf alle Fragen des Lebens und der Freundschaft. Doch Trucker Dan Weaver wird gleich eine große Überraschung erleben. Mein Kumpel Hal Bicky war mir fast näher als mein eigener Vater. Wir trafen uns einmal die Woche in unserem Lieblings-Truckstop. Hey Leute! Es waren immer abgefahrene Begegnungen. Henry? Hey Junge! Aber diese hier werde ich nie vergessen. Gloria, bring mir... Lass mich raten, zwei Donuts und einen Kaffee? Erst fünf Jahre und du weißt schon, was ich hier jede Woche bestelle. Du bist ein Weltwunder. Du müsstest dich nur langsam mit den Rechnungen auf den letzten Stand bringen, Dan. Denn so verhindert man, dass eine Serie reist. Hey Dan, was soll das? Du fängst ohne mich an? Hell, hey, da bist du ja, kommt. Alles klar? Hier ist ein Platz frei. So ein Glück. Ich hab deine Kiste nicht gesehen. Wo stehst du? Etwas weiter unten. Ärger? Ach. Gloria! Was muss man tun, um hier einen Donut zu kriegen, Dan? Zum Beispiel die Rechnung bezahlen. Hey, cool. Schon gut. Hey Süße. Kaffee und zwei Donuts, okay? Sind die beiden etwa nicht in Ordnung? Oh, ja, klar. Ich seh schon, da sind ja Löcher drin. Und was für welche? Bring mir zwei neue, okay? Ja, okay. Ich zwinge keinen guten Tag zu sagen. Hat die heute miese Laune oder was? Sind dem heute ein paar Kisten runtergefallen? Hör mal, ich brauch dein Rad. Ich hab mir die halbe Nacht um die Ohren gehauen. Ist ein echtes Dilemma und naja, ich komm nicht weiter. Ah, ich seh schon. Das ist der Truck, auf den du scharf bist, oder? Ah, gut. Du weißt nicht, ob du ihn dir leisten kannst, oder? Oh nein, ich kann nur nicht sagen, was mir lieber ist. Mehr Speed oder mehr Zuglast? Das ist das Dilemma, in dem du dich befindest? Ja, ich muss mich entscheiden. Ich will schon eine Kiste, mit der ich einen Doppelhänger ziehen kann, aber andererseits will ich auch genug Speed drauf kriegen. Es wird einer mit 30 Inchreifen und glitzernden Chromfelgen sein. Das steht jedenfalls fest. Du hast dir richtig was vorgenommen. Mann, du hast ja heute einen prächtigen Hunger. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Hey, dieser Song, klasse. Hey, Herr, jetzt mal im Ernst. Ich brauch deinen Rat. Sag mir, was soll ich machen? Na gut, hör zu. Ich finde, du solltest Prioritäten setzen. Hey, dann bist du also doch für mehr Zuglast. Ich dachte mir, dass du das sagen würdest. Die Jukebox ist hinüber. Lass die Finger davon. Nur ein Tänzchen und wir fahren weiter. Hey, ganz ruhig, mein Junge, ja? Aber, hey, ich war's doch gar nicht. Ich hab ne verdammte Migräne und ich bin nicht in der Stimmung für diesen Blödsinn, kapiert? Gloria, ich war's doch gar nicht. Sag's nicht mir, sondern ihm. Ihn? Du solltest ne Woche Urlaub machen, mein Freund. Und so lange passt du lieber auf deine Hände auf. Sonst. Du hättest was sagen müssen. Ich hab Ärger wegen dir. Dabei versuche ich, dauernd dir Ärger zu ersparen. Ich, ich, ich geh mal kurz raus. Ich komm gleich wieder zurück. Ich brauch mal ein bisschen frische Luft. Du hast mich gefragt, wofür du dein Geld ausgeben sollst. Danny, du hast doch gar kein Geld für den Truck, stimmt's? Und bevor du dir jahrelange Ratenzahlung ans Bein bindest, solltest du was für deine Frau auf die Seite legen. Als so ne Art Privatvorsorge. Schon gut, ich brauch keine Vorsorge. Meine Frau, hör zu, die hat auch ihren Lebtag nie einen Dollar zurückgelegt. Also hab ich ein Konto eröffnet, von dem sie nichts weiß. Ich zahl jede Woche was drauf ein. Und wenn dir was passiert, dann weiß sie nichts von dem Geld. Darauf wollte ich hinaus, denn wenn mir was passiert, hörst du es ihr sagen. Du solltest auch eins für deine Frau eröffnen, nur zur Sicherheit. Ich bin jung, ich fahre gut. Was soll schon passieren? Du weißt nie, wann deine Zeit kommt. Hey, du bist ja schlimmer als Gloria. Und du längst vom Thema ab. Was ist mit dem Truck? Was ist denn mit deiner Familie? Oh, Alfracht. Ich muss mich melden, Al. Ja, ruf die Jungs schon an, Danny. Ich drück noch ein paar Songs. Oh, ja, ja, ich bin bis vier in Jersey City. Kein Problem. In Ordnung, ich ruf an, wenn ich da bin. Ja, warte, ich frage. Hab mich total verkeilt. Hab verstanden, Barney. Gut, ich sag's weiter. Wo ist der denn hingegangen? Wer? Na, wer denn schon, Hal? Dan, hör zu, ich weiß nicht, wie ich's dir sagen soll, aber... Hal hat heute Morgen einen Unfall gehabt, kurz hinter Atlantic City. Ein ganz übles Ding. Oh, nein, das ist ganz unmöglich. Er ist doch eben noch hier gewesen. Nein, Dan, er ist tot. Sie haben gerade angerufen. Es tut mir leid, ich weiß, wie nah ihr euch standet. Armer Kerl. Der war schon total durcheinander, als er rein kam. In diesem Augenblick suchte ich nach einer Erklärung für etwas, wofür es keine Erklärung gab. Gloria hatte Hal behandelt, als sei er unsichtbar. Vielleicht war er das auch. Für jeden außer mir. Natürlich erfüllte ich seine Bitte und erzählte seiner Frau von dem geheimen Konto. Und tatsächlich wusste sie nichts davon, wie Hal gesagt hatte. Und ich, ich habe inzwischen ebenfalls so ein Konto angelegt, wie es mir mein alter Kumpel Hal bei unserem letzten Treffen geraten hatte. Er hielt Dan tatsächlich einen gut gemeinten Rat aus dem Jenseits oder war er völlig übernächtigt und überarbeitet? Aber wenn er sich das alles nur eingebildet hat, woher wusste er dann von dem Bankkonto, das Hal eröffnet hatte? Hatte Hal schon früher davon erzählt und Dan brachte nur alles durcheinander? Aber falls Dan sich geirrt hat, wer aß Hal's Donuts? Eine letzte Frage noch. Sollten wir hier aufhören? Spieluhren haben einen ganz besonderen Charme. Der Preis für diese kunstvoll gefertigten Objekte kann schon mal in die Tausende gehen. Aber in den meisten Fällen liegt der ideelle Wert einer Spieluhr um ein Vielfaches höher. Oftmals sind solche Spieluhren ganz besondere Geschenke von ganz besonderen Menschen. Alan Lippert ist in eine Spieluhrfanat, die sie selbst nie in den Händen hielt. Sie kennt sie aus einem Film. Der Film hatte ein Happy End. Doch das Ende von Alans Geschichte ist völlig unvorhersehbar. Manche Dinge kann man nicht erklären, wie diesen Urlaub, der mein Leben vollkommen veränderte. Es war kurz vor meinem Geburtstag und ich besuchte meine Freundin Gail in Kalifornien. Wir kannten uns schon ewig, aber seit sie vor zwei Jahren weggezogen war, hatten wir uns nicht mehr gesehen. Und hier essen die Leute Eis im Februar. Alan, versprich mir, dass du zu Hause nichts davon erzählst, sonst gibt's ja eine Invasion. Ich sage kein Wort. Diese Stadt ist ein kleines Paradies. Ja, das kannst du laut sagen. Ladies. Oh, danke. Hey. Und der Einzige, der mir jetzt noch zu meinem Glück fehlt, wäre... Ein Kerl. Wow, ich war politisch inkorrekt. Traurig, aber wahr. Ich liebe dich, aber... Kannst du diesen Ted nicht endlich vergessen? Ted. Es waren nur sechs Monate, Alan. Es ist ja... auch vorbei. Wirklich. Wir sind ziemlich lange befreundet. Und ich muss dir sagen, das war gerade die mit Abstand lausigste und hilfloseste Lüge, die ich je von dir gehört habe. Wir... Wir hätten in hundert Jahren noch nicht erkannt, was wir eigentlich aneinander hatten, wenn wir zusammengeblieben wären. Er ist wirklich ein außergewöhnlicher Kerl. Wären nur nicht diese blöden Streitereien gewesen. Wegen nichts. Vielleicht war es ja meine Schuld. Es gab auch noch andere Tage. Und wenn schon. Sei froh, wenn du den Kerl vom Hals hast. Ich versuch's. Oh, was ist das denn? Was? Ich meine diese Spieluhr. Das ist ja... Genau so eine haben Ted und ich doch gesucht. Wir haben sie zuerst in so einem Film mit Charles Bronson gesehen und Ted... Charles Bronson? Haben die da eine Bombe in der Spieluhr versteckt oder Charlie das Ding mit der Schrotflinte zerschossen? Es war ein Liebesfilm. Und er hieß... Zwischen zwölf und drei. Charles Bronson hat ein Verhältnis mit dieser jungen Witwe. Wie war nochmal die Name? Ähm... Na, seiner Frau. Jill Ireland. Genau. Jedenfalls tanzen die zwei dann auch zusammen. Und die Frau besitzt eine Spieluhr genau wie diese. Mit diesem tanzenden Pärchen. Es war so romantisch. Hört mich fast zu Tränen. Ted und ich waren in allen Antiquitätenläden in Baltimore, um die Spieluhr zu finden. Hatten aber kein Glück. Ellen, du solltest dich nicht so quälen. Vergiss die Spieluhr. Das mit Ted ist vorbei, okay? Sehe ich auch so. Gut. Ich will sie aber haben. Sieh sie dir an. Ein Geburtstagsgeschenk von mir für mich. Du brauchst wirklich einen neuen Freund, wenn du schon so tief gesunken bist, dass du dir selbst was schenkst. Ein wunderbares Stück, nicht wahr? Aber unglücklicherweise funktioniert sie nicht. Die Figuren tanzen leider nicht mehr. Lass lieber die Finger von diesem Ding. Kauf dir keine kaputte Spieluhr, die dich an eine kaputte Liebe erinnert. Du hast vermutlich recht. Gut. Danke. Ich weiß schon, was wir machen, um dich wieder etwas aufzuheitern. Keine drei Straßen weiter ist nämlich eine Eisdiele. Ellen, ich freue mich, dass es dir besser geht. Du musst dich nicht bedanken. War eher der doppelte Mocker. Ist mir auch recht. Ich glaube, ich mache jetzt eine Riesendummheit. Ich hoffe doch, es ist nichts, was irgendwie mit Ted zu tun hat. Ellen, ist dir vielleicht aufgefallen, dass du das Wort Dummheit fast nur im Zusammenhang mit Ted gebrauchst? Mensch schon, ich kaufe jetzt die Spieluhr. Naja, vielleicht auch nicht. Oh, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, junge Lady. Aber ich habe die Spieluhr gerade verkauft. Oh nein! Ich sagte dem jungen Mann, dass sie nicht funktioniert. Und ich, dass es nichts ausmacht. Hallo, Ellen. Hallo, Ted. Gail, ihr kennt euch noch nicht, stimmt's? Ist ja ein ziemlicher Zufall. Tut mir leid, ich hatte kein Geschenkpapier. Herzlichen Glückwunsch. Es ist perfekt. Ich habe noch nie so etwas Schönes gekriegt. Wie ich schon sagte, einige Dinge kann man eben nicht erklären. Hat nun das Schicksal Ted und Ellen wieder vereint? Oder liegt eine andere Erklärung nicht viel näher? Möglicherweise hat ja auch Allens Freundin Gail die ganze Geschichte eingefädelt. Aber was war mit dieser Spieluhr? Gehörte der mysteriöse Defekt ebenfalls zu Gails Plan? Wurden hier tatsächlich zwei Liebende auf geheimnisvolle Weise wieder zusammengeführt? Oder ist die Geschichte zu schön, um wahr zu sein? Dies sind Ladensymbole. Hier haben wir den Friseur. Hier die Drogerie. Und hier haben wir das Pfandhaus. Vielen Menschen sind Pfandhäuser bis zum heutigen Tag suspekt, weil sie die Regeln nicht kennen. Doch es ist ganz leicht. Sie brauchen schnell Geld. Sie haben eine Wertsache, sagen wir eine 300-Dollar-Uhr. Der Pfandleiher gibt Ihnen für diese Uhr 100 Dollar in die Hand und nimmt Ihre Uhr dafür an sich. Sie bekommen dafür einen Pfandbrief. Um die Uhr wiederzukriegen, müssen Sie nach einer ganz bestimmten Zeit zurückkommen und dem Pfandleiher 100 Dollar plus Zinsen wieder zurückzahlen. Wenn Sie jedoch diese festgelegte Frist versäumt haben, kann der Pfandleiher Ihre Uhr an jemand anderen verkaufen. Auf dieser Verfahrensweise beruht unsere nächste Geschichte. Eine Geschichte, in der ein junger Mann, Ron Morrison, einen versetzten Gegenstand wieder auslösen will. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals zu einer Pfandleiher müsste. Aber ich hatte übelste Geldsorgen. Also versetzte ich die Uhr, die ich zum Collegeabschluss gekriegt hatte. Die hat damals 1000 Dollar gekostet. Aber der Typ gab mir gerade mal 150 in bar. Zum Glück war mein Freund Jerry gerade flüssig. Also wollte ich die Uhr wieder auslösen. Okay, Ronny. 150. Hey Mann, versuch's doch auch mal auf der Rennbahn. Du hast mir den Arsch gerettet. Hey, eigentlich wollte ich nur deine Uhr retten. Komm, Ronny, hol dir das Ding wieder. Hi, na wie geht's? Ähm, ich will meine Uhr wieder haben. Yeah, schönes Stück. Ich erinnere mich. Sie erinnern sich wirklich an meine Uhr, glaub ich kaum. Gestern kam einer rein und hat sie gekauft. Hier steht's. Nein, das muss wohl ein Fehler sein. Checken Sie noch mal die Nummer. Ich hab angerufen und wollte sie auslösen. Hey Junge, du kannst dir auslösen, was du willst, solange ich sie nicht verkauft habe. Aber deswegen hab ich sie doch angerufen. Hier, lies mal die Rückseite. Sind unsere Geschäftsbedingungen. Und das nächste Mal informierst du dich am besten vorher. Sekunde, reden wir hier von derselben Uhr. Könnten Sie nicht noch mal die Nummer checken? Nein, das da sind alle Uhren, die ich habe. Ist deine vielleicht dabei? Mein Gott, Sie sind doch ein Lübner, Mann. Ich hab sie extra angerufen und gesagt, dass ich sie holen will. Hey, das Telefon klingelt den ganzen Tag. Vielleicht haben wir geredet, vielleicht auch nicht. Dann bin ich hier wohl, der Lügner. Können wir uns denn nicht wie Gentlemen benehmen? Maulhalten. Ich krieg das schon alleine hin, Jerry. Junge, du hast deinen Termin verpasst. Hast nicht bezahlt, die Uhr ist weg, so ist das Leben, klar? Und damit Ende. Nein, jetzt geht's erst richtig los, Fettsack. Wollen wir wetten? Gut, hör zu, Junge. Ich wähle jetzt folgende Nummer 9-1-1. Und die Bullen sind in drei Minuten... Hier, Ron, vergiss den Idioten. Wir sollten gehen. Hör auf deinen Freund, das war ein guter Vorschlag. Er hat recht. Ja, er hat recht. Sie sind wirklich ein Idiot. Wir sehen uns bald wieder. Oh Gott, wie erkläre ich das nur meinen Eltern? Vergiss es, er hat sie verkauft, Mann. Jerry, ich will meine Uhr wieder. Dieses Symbol da. Das ist wie eine Rennbahnwette. Zwei zu eins, dass die Uhr weg ist. Weißt du was? Das werden wir ja sehen. Am nächsten Tag ging ich wieder zur Pfandleihe. Okay. Der Typ mit einem roten Cap sah sich ein Gewehr an. Du schon wieder zum letzten Mal. Ich hab die Uhr nicht mehr. Ja, dann schauen wir doch mal in Ihren Safe. Ja, gute Idee. Da wollte ich auch gerade reinsehen. Tu, was der Mann dir sagt. Los, Safe aufmachen. In Ordnung und ganz ruhig, Junge. Du kriegst ja, was du willst. Also nicht schießen, ja? Ich bin schon sehr gespannt. Könnte mal eine neue Uhr gebrauchen. Und was kam dann? Dann kam, dass ich aufgewacht bin. Ich hab geschwitzt wie ein Schwein. In diesem Traum war alles so echt, Mann. Was kann das bedeuten? Dein Traum? Ja, weiß nicht. Dass du nichts Fettiges essen sollst, bevor du ins Bett gehst vielleicht. War nur ein Traum. Bedeutet gar nichts. Das war mehr als nur ein Traum. Es war zu real. Ich meine, ich habe recht. Der Typ hat meine Uhr noch immer. Er hat mich angelogen, weil er nämlich weiß, was sie wirklich wert ist. Du hast nur geträumt. Das ist ein Schuss in den Ofen. Schon möglich. Aber es ist der einzige Schuss, den ich habe. Ich muss noch mal hin. Es war genau wie in meinem Traum. Okay, Sie können sich's ja überlegen. Mach ich. Was soll das? Na los, machen Sie den Safe auf. Geben Sie mir meine Uhr. Wenn du schon den Safe aufmachst, gib mir die Uhr und alles, was sonst noch drin ist, okay? Raus hier, verstanden? Niemand wird meine Uhr stehlen. Ich wette, das Ding ist nicht geladen. Und ich wette, du ärgst dich. Danke, Junge. Danke, Junge. Aber es ist so, da sind tatsächlich keine Kugeln drin. Ich weiß. Ich weiß. Und jetzt hätte ich gern meine Uhr zurück. Obwohl ich meine Uhr auf diese Weise wiederbekam, hätte ich niemals nach dem Gewehr greifen dürfen. Ich hatte Glück. Kleine Anerkennung. Großes Glück. Von nun an werde ich tagsüber das Geld zusammenhalten. Und nachts nicht mehr träumen. War das nicht ein äußerst merkwürdiger Traum? Gibt es eine Erklärung dafür, dass Ron genau das träumte, was später in der Pfandleihe passieren würde? War der Traum eine Warnung? Ron hatte solche Visionen weder vorher noch nachher. Und noch eine weitere Frage bleibt offen. Ist diese Geschichte nun wirklich passiert? Oder kriegen wir dafür keine 10 Cent auf der Pfandleihe? Fast jeder kennt jemanden, der einen Partner sucht. Natürlich lässt sich damit auch viel Geld verdienen. Zum Beispiel über Heiratsannoncen in Zeitungen, die die einsamen Herzen aufgeben. Man kann sich auch Videokassetten mit anderen Heiratswilligen bestellen oder man schaut ins Internet. Auch hier kann man mit etwas Glück schnell fündig werden. Sandy Bowman ist sehr verzweifelt. Sie hat schon alles ausprobiert, aber sie ist immer noch allein. Doch sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass ihr der Richtige noch über den Weg läuft. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Es ist nicht so, dass ich verzweifelt wäre. Aber, na gut, sagen wir, ich bin ein bisschen unglücklich. Es sind die Männer. Immer das Gleiche. Ich glaube, Beziehungen sind nicht mein Ding. Jedenfalls keine längeren. Ich war in Selbsthilfegruppen, bei Paarberatungen, habe versucht, wirklich erwachsen zu werden, habe meditiert, etwa 30 Religionen ausprobiert und bin keinen Schritt weiter. Schließlich hatte meine Freundin Marsha wieder mal eine Idee. Sie empfahl mir diese Frau. Sie soll eine, bitte nicht lachen, na ja, Wahrsagerin sein. Zumindest hatte sie einen komischen Namen. Mrs. Hatchigan. Hallo. Hi. Sie kommen von weit her? Ja. Ja, das stimmt. Woher wissen Sie das? Ich sehe es an Ihren Nummernschildern. Kommen Sie. Sie waren die Jüngste in Ihrer Familie. Drei Schwestern. Ja, genau. Alle verheiratet. Alle bis auf Sie. Kein Ring. So ist es. Im letzten Jahr hatten Sie eine Beziehung. Sie gingen in die Brüche. Aber Sie gehen immer in die Brüche. Ich glaube langsam. Ich fürchte fast. Ich finde niemals den Richtigen. Deshalb bin ich ja hier. Bitte sagen Sie mir, was Sie sehen. Finde ich diesen Mann? Nein. Wow. Er muss Sie finden. Er ist nach Ihnen auf der Suche. Doch wenn Sie ihn suchen, wie soll er Sie finden? Auf einmal schien alles einen Sinn zu ergeben. Ich begriff, dass ich es war, die all diese Beziehungen in die Brüche gehen ließ, weil ich es war, die sie mehr oder weniger erzwungen hatte. Es war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft hatte, aber sie war dennoch wegweisend. Ich war zu sehr darauf versessen, den Richtigen zu suchen, anstatt mich zu öffnen und mich einfach von ihm finden zu lassen. Ein paar Tage später fuhr ich aufs Land, um Marsha zu besuchen. Ich wollte ihr von meinem Besuch bei Mrs. Hatchigan erzählen und ihr gleich die gute Neuigkeit berichten. Mrs. Hatchigan hatte jemanden gesehen, der schon sehr bald in mein Leben treten würde. Ich wusste ja nicht, wie bald. Ich hatte noch nie einen Trimper mitgenommen. Sorry, aber bei dem da machte ich eine Ausnahme. Außerdem war hier jemand auf der Suche nach einem, der ihn mitnahm. Vielleicht war es ja nicht das Einzige, was er suchte. Sie retten mir das Leben. Ein Freund hat mir seinen Wagen geliehen und jetzt habe ich einen Platten, aber leider ist kein Wagenheber im Kofferraum. Ich bin Chad. Sandy. Und, wie geht's? Gut. Kann sein, dass ich einen habe. Das wäre großartig. Ich fahr mal zur Seite. Ist wirklich sehr nett. Danke. Er muss unter der Matte sein. Was tun Sie da? Nachsehen, ob Sie ein Handy haben. Ich muss telefonieren. Einen Termin absagen. Wenn's recht ist. Geben Sie mir die Tasche wieder. Ich, ich, ich gehe jetzt. Es reicht. Oh nein, Sie gehen nicht. Sie steigen in den Kofferraum. Na los doch. Wir haben was vor. Was ist denn? Was soll das? Das hätten Sie nicht tun dürfen. Jetzt muss ich Sie bestrafen. Bitte. Hey! Keine Sorge. Falls Sie ein Handy haben, rufen Sie die Polizei. Wenn ihr den verdammten Sauhund habt, bringt ihn gleich nach Hause. Bobby will Mittagspause machen. Over. Alles in Ordnung? Das wird schon. Ja, mir geht's gut. Ja, keine Sorge. Mann, so ein Glück, dass ich Sie gefunden habe. Was sagen Sie da? Zum Glück habe ich Sie gefunden. Ja, allerdings. Das kann man so sagen, ja. Verzeihung. Habe ich was verpasst? Nein, nein. Ich, ähm... Alles in Ordnung. Äh, wie war Ihr Name? Oh, Steve. Sandy. Steve Hedgigan. Hedgigan. Ja. Na ja, sehen Sie, es ist ein ziemlich seltener Name. Neulich erst habe ich ihn irgendwo gehört. Ach, tatsächlich? Tatsächlich. Trinken wir vielleicht beide einen Kaffee? Na klar trinken wir beide einen Kaffee. Ja? Ja. Seit diesem Tag glaube ich nicht mehr so recht an Zufälle. Denn Steves Mutter hatte mir gesagt, dass ich bald den Richtigen finden würde. Ich meine, dass er mich findet. Danke, Mrs. Hedgigan. War das alles nur ein Zufall? Oder hatte Steve schon von Sandy gehört, denn schließlich war sie kurz zuvor bei seiner Mutter? Vielleicht hatte er nur auf den richtigen Moment gewartet, aber wie... Wie konnte er wissen, wo Sandy an diesem Tag sein würde? Oder wo dieser Gangster ihr auflauerte? Nun, Ihre Aufgabe ist es, sich zu entscheiden. Hat sich hier eine Prophezeiung erfüllt? Oder war alles hokus pokus? Oft ist es nicht leicht zu erraten, wozu einige Gegenstände gut sind. Dieses Gerät hier, das könnte eine Mini-Raumkapsel sein oder auch ein kleiner Torpedo. Aber es ist eine der allerersten Automobil-Klimaanlagen. Dieses Rohr passte genau in das offene Fenster eines Autos, sodass die Luft darin zirkulieren konnte. Und was ist das für ein Ding? Ein Hefter? Eine Lochstanze? Falsch. Damit entkernt man Kirschen. Die Kirsche kommt in die Einlage, dann drückt man einmal und schon ist der Kern weg. Das Objekt, das Sie gleich sehen werden, ist auch ziemlich exotisch. Seine Handhabung ungewöhnlich. Es gelang in den Besitz des Antiquitätenhändlers Hugh Santelli. Doch wozu es gut ist, das gilt es herauszufinden für Mr. Santelli. Und für Sie auch. Schon als junger Mann habe ich keinen Gedanken an das Übernatürliche verschwendet. Und später schloss mein Beruf die Hingabe an solche Dinge kategorisch aus. Ich orientiere mich an der kalten Realität. Denn, sehen Sie, ich bin Leichenbestatter. Hugh Santelli. Ein lieber Kerl. Ihm gehört der Laden nebenan. Er hatte einen rauen Charme, aber ich schätzte mich glücklich, ihn meinen Freund zu nennen. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem wir unsere kleine Wette abschlossen. Okay. Hast du ihn? Ich hab ihn. Hast du ihn? Ich hab ihn. Ich sag doch, ich hab ihn. Ein paar neue Möbelstücke, wie ich sehe. Hi, wie geht's dir? Gut, danke der Nachfrage. Schön. Ja, ja, die Peterson Ranch. Ich hab alles gekauft, was noch da war. Peterson? Oh ja, den hab ich letztens bestatten lassen. Vielleicht sollten wir uns zusammentun. Du verbuddelst die Brüder und ich kauf ihre Möbel. Die Möbelstücke dieser Qualität sind heute selten geworden, hm? Hey, ich hab was gekauft, was dir gefallen wird. Einen ganz alten Schirmsteller. Oh, hey! Oh Mann, was für ein Glück. Das ist so ein Mist, den man mitkaufen und dann irgendwann wegschmeißen muss. Du weißt nicht, was das ist, oder? Nein, hat mir noch keiner erklärt. Halt doch mal dieses Porzellan-Ding. Hier. Oh, das geht noch. Ich kenne eine Kapelle auf dem Land, die können das bestimmt brauchen. Das hier ist kein Musikinstrument, Santelli. Es ist ein Todeshorn. In meinem Metier einst gang und gäbe. Hä? Was soll das sein? Ein Todeshorn. Vor langer Zeit, als medizinische Kenntnisse noch nicht weit verbreitet waren, kam es durchaus vor, dass man Menschen irrtümlich beerdigte. Oft waren das komatöse Patienten, die einfach nur kein Lebenszeichen von sich gaben. Was hat das Horn damit zu tun? Viele fürchteten sich vor einer solchen Beerdigung. Sie ließen sich mit diesen Hörnern beisetzen, deren Trichter knapp über der Grasnarbe zu liegen hatten. So ein Quatsch. Es ging um Folgendes. Wenn du in deinem Sarg aufwachst, dann nimmst du das Horn, bläst hinein und wartest, bis Hilfe kommt. Der Fortschritt auf dem Gebiet der Medizin machte das Horn schließlich überflüssig. Jedoch, aus sentimentalen und beruflichen Gründen würde ich es sehr gerne erstehen. Für, ähm, 23 Dollar? Soll wohl ein Witz sein. Die Tröte ist was Besonderes. Die verkaufe ich lieber an ein paar, ähm, wie soll ich sagen, exzentrische Vögel. Oh, eine gute Theorie, mein Freund. Doch wenn du sie wirklich darüber aufklärst, wozu es benutzt wurde, wird es keiner kaufen. Du vergisst, mit wem du redest. Die Zusammenkunft von Geld und Tod ist immer nur für eine Seite unerfreulich. Sieh dir nur meine Kundenliste an. Hey, ich verkaufe diese antiken Bettwärmer an alte Damen mit Zentralheizung. Und ich verkaufe auch dieses Baby. Eine waghalsige Dummheit, ganz sicher. Vielleicht verbinden wir das Ganze mit einer kleinen Wette? Wette? Meinetwegen. Hör zu, ich verkaufe das Ding bis Ende der Woche, oder ist es deins? Und ein Essen zusätzlich, dann wird es noch interessanter. Okay, also bis Ende der Woche dann. Ein Essen, ähm, Piantis. Italienisches Essen. Magst du doch sicher. Isst die Nudeln nie, bevor sie gekocht ist. Santelli tat alles, um diese Wette zu gewinnen. Mr. Yamaguchi. Gut, dass Sie reinschauen. Das hier ist ein ganz besonders kostbares Todeshorn. In Amerika wurde es den Toten früher in den Sarg gelegt. Und was ist mit dieser Postkutsche? Das hier wäre was für Sie, Lady. Ihre Kunden werden staunen. Es ist alles aus Ebenholz. Es ist ein altes Todeshorn. Die ist wirklich schön. Hör zu, in den alten Tagen legten Sie das Horn mit in die Särge rein, weil die Leute manchmal zu früh beerdigt wurden. Und wenn Sie im Sarg aufwachten, mussten Sie einfach nur reintun. Na, wie sieht's aus? Über den Preis können wir verhandeln. Ich würde jedes vernünftige Angebot annehmen. Kein Glück gehabt? Bis morgen. Gute Nacht. Nacht. Hi Süße. Tut mir leid, du bleibst heute allein. Hab die Wette verloren und muss Lockwoten Essen spendieren. Was denkst du, wie ich mich fühle? Nein, wird ganz lustig. Na gut, ich komme so schnell ich kann. Bis nachher. Bis nachher. Suntally. Suntally? Santalli! Eigenartig. Ich hatte nicht einmal eine halbe Stunde zuvor mit ihm gesprochen. Wo bist du? Ich schlug vor, wir treffen uns im Piantis. Doch ihm war es lieber, von seinem Laden aus gemeinsam hinzufahren. Wenn er sich nun anders entschieden hatte, warum war dann die Tür nicht abgeschlossen? Santalli! Wo steckst du? Hugh, du lieber Gott! Zwar schlug sein Puls noch, doch ich hatte das Gefühl, in das Gesicht eines Toten zu sehen. Ja, schnell einen Krankenwagen. Riverside, Santallis Antiquitätenladen. Ich konnte es mir nicht erklären. Santalli lag hier auf dem Boden, doch zweifelsohne hatte jemand das Todeshorn geblasen. Der Krankenwagen kam noch rechtzeitig. Und das Todeshorn hatte seine Aufgabe erfüllt. Wäre das Horn nicht gewesen, hätte Hugh Santalli den Herzanfall wahrscheinlich nicht überlebt. Woher kam das Geräusch? Es war niemand außer Santalli im Laden. Kam vielleicht ein Luftzug durch die Ladentür, als Lockwood rausgehen wollte? Wenn ja, hätte dieser Luftzug so stark sein können. Ist es möglich, dass Santalli telepathischen Kontakt herstellte, um so nach Hilfe zu rufen? Oder blies das Horn doch von allein? Immerhin ging es um ein menschliches Leben und das Ganze war das Werk eines Schutzengels? Nun, ist unsere Geschichte über diese seltsame Rettung die Wahrheit? Oder stoßen wir einmal mehr ins Horn der Lügen? Nun wollen wir sehen, welche unserer heutigen Geschichten tatsächlich der Wahrheit entsprechen und welche wir erfunden haben. Was ist mit diesem Truckstop, in dem ein unsichtbarer Geist frühstückte? Wahr oder nur erfunden? Ich finde, du solltest Prioritäten setzen. Hey, dann bist du also doch für mehr Zuglast. Ich dachte mir, dass du das sagen würdest. Die Jukebox ist hinüber. Lass die Finger davon. Nur ein Tänzchen und wir fahren weiter. Hey, ganz ruhig, mein Junge, ja? Aber hey, ich war's doch gar nicht. Ich hab ne verdammte Migräne und ich bin nicht in der Stimmung für diesen Blödsinn, kapiert? Gloria, ich war's doch gar nicht. Sag's nicht mir, sondern ihm. Ihm. Du solltest ne Woche Urlaub machen, mein Freund. Und so lange passt du lieber auf deine Hände auf. Sie denken, das hätten wir uns ausgedacht? Ganz recht, das haben wir auch. Und die romantische Geschichte über die Spieluhr, durch die ein Pärchen wieder zusammenfand, war oder erfunden? Sieh sie dir an. Ein Geburtstagsgeschenk von mir für mich. Du brauchst wirklich einen neuen Freund, wenn du schon so tief gesunken bist, dass du dir selbst was schenkst. Ein wunderbares Stück, nicht wahr? Aber unglücklicherweise funktioniert sie nicht. Die Figuren tanzen leider nicht mehr. Lass lieber die Finger von diesem Ding. Kauf dir keine kaputte Spieluhr, die dich an eine kaputte Liebe erinnert. Sie halten die Geschichte für erfunden. Sie liegen daneben. Denn es geschah 1995 in West-Kalifornien. Sehen wir uns nun kurz die Geschichte über den jungen Mann in der Pfandleiher ran. Ist sie wahr? Was soll das? Na los, machen Sie den Safe auf. Geben Sie mir meine Uhr. Wenn du schon den Safe aufmachst, gib mir die Uhr und alles, was sonst noch drin ist, okay? Raus hier, verstanden? Niemand wird meine Uhr stehlen. Ich wette, das Ding ist nicht geladen. Und ich wette, du irrst dich. Ist die Geschichte über den jungen Mann, der geträumt hat, überfallen zu werden, wirklich passiert? Allerdings, es geschah vor ein paar Jahren in Duluth, Minnesota. Es ist wahr. Und die Geschichte, in der die junge Frau über einen seltsamen Umweg doch noch den Traumprinzen fand, war oder Erfindung? Was tun Sie da? Nachsehen, ob Sie ein Handy haben. Ich muss telefonieren. Einen Termin absagen. Wenn's recht ist. Geben Sie mir die Tasche wieder. Ich, ich, ich gehe jetzt. Es reicht. Oh nein, Sie gehen nicht. Sie steigen in den Kofferraum. Na los doch. Wir haben was vor. Was ist denn? Was soll das? Die Geschichte beruht auch auf einer wahren Begebenheit, dass alles geschah in Miami, Florida. So war es. Hat tatsächlich ein ungewöhnlicher Gegenstand Santellis Leben gerettet oder nicht? Es ist ein Todeshorn. In meinem Metier einst gang und gäbe. Hä? Was soll das sein? Ein Todeshorn. Vor langer Zeit, als medizinische Kenntnisse noch nicht weit verbreitet waren, kam es durchaus vor, dass man Menschen irrtümlich beerdigte. Oft waren das komatöse Patienten, die einfach nur kein Lebenszeichen von sich gaben. Was hat das Horn damit zu tun? Und viele fürchteten sich vor einer solchen Beerdigung. Sie ließen sich mit diesen Hörnern beisetzen, deren Trichter knapp über der Grasnarbe zu liegen hatten. Denken Sie, so ist es gewesen? Falls ja, dann haben wir sie hinters Licht geführt. Kein Wort war alles falsch. Die Folgen sind also vorbei. Wenn Sie so etwas mehr sehen möchten, vergessen Sie nicht, die Glocke zu aktivieren, damit Sie nichts verpassen. Bitte hinterlasse auch eine positive Bewertung, damit ich weiß, ob dir dieser Inhalt gefällt. Fühlen Sie sich frei, Ideen in den Kommentaren zu schreiben. Bleibt gesund und ciao!